hallo und herzlich willkommen zurück zu warro ich nehme jetzt gerade eine weitere folge auf ist vielleicht nicht das schlauste was ich gerade mache weil der gute kater nando vor mir liegt genau vor der maus und mich eventuell ein bisschen behindert let's nation youtube ist online außerdem laufen gerade zwei mücken über mein bild was ist los hier nicht okay dann werde ich mal rutzeln und zwar das bief school bief ich war irgendwie gerade daran gewöhnt dass ja die bäume von selber runterfallen dumbo alter richtiger dumbo ich brauche den untersten eigentlich gar nicht wegzumachen aber naja kommt das bisschen holz kann ja nicht schaden du da müssten jetzt millionen äpfel rauskommen so hier noch ja klar ich habe relativ gutes zeug aber ich würde halt kein risiko eingehen mann ich habe ein bisschen übertrieben mit dem zeug ja ich weiß da sind die äbbelche bisher nur einer hat jeder war schon gekommen ja noch die äh verzaube die äh verzaube wo sind meine äpfel das ist ein apfel das ist ein pilz ja ich muss mich jetzt wahrscheinlich erstmal einbuddeln könnte mir der ein oder andere apfel durch die lappen gehen natürlich spitzenklasse ich könnte noch gut nicht aufgesammelt ein bisschen feder ließ mitnehmen weiß zwar nicht so viel aber klein vieh macht auch mist sagt man ja so schön da ist noch ein apfel sehr nice ich hoffe der dude ist nicht in meiner nähe alter ich bin so ready dann da bin ich wirklich komplett raus kann ich vor prophezeien das ist das dann komplett wäre okay ich mache mal ein paar äpfelchen baller haben wir noch was gutes und noch ein hühnchen so ein hühnchen in ehren kann keiner verwehren sehr schön das nehme ich auch noch mit weil wegen why not so gab wohl keinen apfel mehr save nicht okay okay ich bin absolut voll da schmeiß ich mal ein bisschen was raus nein was mache ich denn hier gönn mir noch pfeilchen keine sticks erstmal sticks vier reichen Junge meine meine maus ist gerade super unpräzise weil halt die katze da liegt super ungünstig ich weiß so habe alles geschmolzen was ich schmelzen hätte können jo das ist doch fein bin ich auch wieder unsichtbar für die gegner achso ja ich könnte noch ich könnte noch bücher craften so drei vier nice nicht schlecht ähm hm 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 ahja und ich wollte äpfel schlau kopf ja statt der spitzsacke mhm ist echt ein bisschen risky so auf freiem felde ok 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 gut ja gut 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 power 1 oder protection 1 ganz klar was ich nehme erstmal den an will justus setzen und äh protection 2 auf die hose machen und äh ja power 1 damit kann ich auch nichts anfangen muss noch einen weiter zaubern boah diese mücken an meiner hand ne uh 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 damn ok power 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 jetzt habe ich einen power 3 bogen easy going nein nicht die axt was habe ich mit der axt protection sehr gut äh füße nicht genug level ok gönne ich mir halt die hexe shit 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 Das kann ich wegschmeißen, jetzt dann, ja, die Enderperle kann ich auch hinmachen, Flint habe ich halt jetzt keins mehr, das ist nicht so super optimal, aber daher winkt mir noch so ein bisschen Leder zu da hinten. Ich könnte noch ein bisschen Zuckerrohr und Leder gebrauchen. Wie lange habe ich noch, ja, vier Minuten so rum, gehen wir mal auf, oh ja, danke, sehr gerne, na gut, ich log den Creeper mal von dem Zuckerrohr weg, so ist auch okay. Alter, ist das, herbe nice, herbe nice, wie viel, baby, killer. Da gönne ich mir doch gerne noch ein bisschen Zombie-Level, wo sei da. Mist. Wer jetzt ein bisschen fokussiert, versuche hier ein bisschen Level zu kriegen. Hier bringt ja alles Level. Das ist ein schleimig. 120 Sekunden. Ja, auf jeden Fall mega nice, oh, hier ist auch Gravel, okay, hier bleibe ich. Kann ich auch so ein wichtiges rausschmeißen. Ja, na gut, das kann ich auch behalten. Die Bones, die brauche ich nicht. Ich gönne mir hier noch so ein bisschen Gravel-de-Devil. Ist auch coole zum XP-Farmen. Muss mich nicht viel bewegen zum Leveln hier. Komm, 30 Sekunden. Raus, 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 20 Sekunden. Raus aus dem Wasser. Bruder. Bruder. Okay, 10. Ich muss sie gucken, organisieren. Für nächstes Mal Bücher verzaubern. Zusammenfügen. Okay, ich... Es gibt keinen anderen Spieler. Ciao. Natürlich给ают die Aussichtskrülle. Nein, das sind, da ist einfachорт.